Josser Leute, sehr herzlich willkommen im zweiten Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Reaktion. Wir reagieren auf Semifidle Lano Mary Jane. Official Video. Glaubt ihr, man sollte mit Kaugummi eine Reaktion machen? Okay, dann nicht. Ey, dieses Brokkoli. Erstmal ganz kurz, Semifidle Lano. Okay, ich kann zu Semifidle Lano eine Sache sagen. Und zwar, finde ich, ist er ein guter Rapper. Besonders, wenn es in die Richtung Party-Tracks geht. In die Richtung geht, wo man sich gut zu bewegen kann, wo der Beat melodisch ist und so. So, ich finde diese Richtung am besten bei ihnen. Aber ich bin auf jeden Fall richtig gehypt auf Semifidle Lano's Part. Was war das für eine Einblendung? Mit diesem Brokkoli da. Warum eigentlich Brokkoli? Ich check das nicht so ganz. Achso. Okay. Ich habe schon gecheckt. Ich bin, ich bin, ich bin geistig behindert. Ich habe verstanden. Räler am Drehen wie Harry Kane. Baller NBA. Flieg um die Welt und ich mache mir um gar nichts mehr Sorgen. Denk an die Brüder in Haft. Ja, bald habt ihr es geschafft. Und vielleicht an die Farbe der Jordans. Ey, Lachkick. Wie in diesem Anzug kommen. An diesem eigentlich so Superhelden. Ey, geil. Ich muss sagen, das Video gefällt mir voll. Gefällt mir richtig gut. Auch diese, auch diese Einblendung hier mit diesem, da, mit diesem Brokkoli und so. Kennt ihr das von so Kinderserien? Wenn diese Einblendung immer kam, so Motto als Überleitung. Nein, ich auch nicht. Okay. Boah, ich hatte gerade Angst, dass hier irgendwo, weil hier hat er auch was von Mary Jane gesagt. Ich wollte gerade wirklich kritisieren. Ich habe mir gedacht, bitte sag nicht, dass das die Hook ist. Aber nein, jetzt weiß ich, das hier ist die Hook. So, boah, ich hatte gerade schon Angst. Ey, geil. Okay. Okay, okay. Okay, ey, okay. Okay, wir haben Samis Part gehört, den 16er gehört. Jetzt kommt Lilano am Start hier. Ananas Squad haben wir direkt da. So, viele dachten auch, dieses Dingens Tattoo auf seinem Kopf wäre fake. Aber das ist nicht fake. Das ist einfach real as fuck. Warum hat der, fährt der in so einem, äh, Postboten-Fahrrad? Und die Felgen, sie spiegeln die Lichter. Geld auf meinem Konto, die Gang voller Eis. Und es schneit so, als wären wir im Winter. Geil. Also ich muss sagen, Lilanos Part gefällt mir richtig gut. Alter, diese Brille. Also ich muss sagen, sein Part gefällt mir richtig gut zum Beat. Ich weiß nicht, wer das produziert hat, aber der Beat gefällt mir richtig gut so. Der Beat hat was, hat halt diese Melodie, dieses Melodische, was ich vorhin meinte, wo man sich gut so bewegen kann und so. Ich mag die Richtung einfach sehr. Ich mag die Richtung bei Sammy einfach sehr. Aber ich find's auch geil, wie, äh, Lilanos mit seiner Stimme hochgeht. Auch, das hat man auch hier, glaub ich, als die von diesem Auto, von diesem Auto, ja, von diesem Transportwagen, keine Ahnung, da ausgestiegen sind. Da hat man auch Lilanos Stimme gehört. Ne, diese Kostüme, ne. Aber hat man auch gehört, wie seine Stimme hochging und auf jeden Fall hört sich das stabil an. Hört sich gut an, finde ich. Geil, einfach nur geil. Genau das ist das, was ich gefeiert hab. Genau das, 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 alter. Das wollte ich sehen. Hammer. Ey, hier, diese Stelle hat mich einfach gerade mitgenommen. Ich weiß nicht, diese Stelle hat mich gerade mitgenommen, Leute. Ich fühl's. Also, ich muss sagen, einmal ein kurzes Fazit, bevor die Reaction vorbei ist. Ich will's nicht vergessen. Dieses Video gefällt mir voll gut mit diesen Effekten und so. Sieht man richtig selten. So, gefällt mir. Der Beat gefällt mir. Melodisch, alles, dies, das. Ich fand Lilano sogar richtig gut mit seiner hohen Stimme und Samia sowieso wieder abgeliefert. Also, geiles Lied. Das werde ich mir privat auf jeden Fall geben. Okay, Leute. Das war meine Reaction zu Samy, Fiedler, Lilano, Mary Jane. Ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Wenn ihr da seid, dann zeigst du mir einen Daumen nach oben. Abonniere den Kanal, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Aktiviere die Glocke. Dann wirst du benachrichtigt. Leute, bin auch aktiv auf Instagram. Mehmet K. untenstrich 1212. Packst euch in die Infobox. Checkt einfach mal ab. Will auf Instagram auch mal aktiver werden. Also, macht's gut, Leute. Haut rein. Und ciao.